Hallo, mein Name ist Marco. Diese Geschichte wird sich für viele von euch ganz schön verrückt anhören, aber der Grund ist, dass ich selbst verrückt bin und es genauso erlebt habe. Mensch, ist das hier ein schöner Wald, unberührte Natur, einfach herrlich. Doch so schön wie dieses wunderbare Fleckchen Erde war mein Leben bestimmt nicht. Also meine Geschichte ist bestimmt nicht lustig. Sie fängt doch sehr traurig an mit einem Schicksalsschlaf, der mich vor nur 10 Jahren traf. Hunter, ein stinknormaler Jäger, war irgendwie darin verwickelt. Er sah ein Ufo, das über Brasilien schwebte und das flog genau nach Berlin, wo wir im Hotel waren. Mein Bruder stürzte sich aus dem Fenster, weil es nicht mal aussieht, ständig von Außerordnissen entführt zu werden. Zum Glück haben wir dann gerade diese Aliens gerettet. Doch, das ist nicht das Ende der Geschichte. Hier fängt sie gerade erst an. Deine Heute Untertitelung des ZDF für funk, 2017